Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video rede ich mit dir darüber, wie man überhaupt Freimaurer werden kann. Diese Frage wird mir so oder so ähnlich immer wieder gestellt in meinem letzten Video. Ich werde es hier oben einmal verlinken. Da habe ich bereits darüber gesprochen, was mich dazu bewogen hat, überhaupt Freimaurer zu werden. Und daraufhin haben mich einige Nachrichten erreicht und nicht zuletzt Leo M. hat unter dem Video kommentiert, dass ihn die ersten Schritte bis zur Kontaktaufnahme sehr interessieren würden. Und ich dachte mir, das ist eine Frage, die ich jetzt öfter gehört habe. Also bevor ich da auf einzelne Kommentare antworte, mache ich direkt ein neues Video dazu. In diesem Video erfährst du, wie man Freimaurer wird, wie die Kontaktaufnahme zustatten geht, was es für Kosten gibt, ob die Freimaurer eine Sekte ist, was es für Regeln gibt, ob es Regeln gibt, was es mit den Ritualen auf sich hat und alles, was mir sonst noch so in den Kopf kommt. Ich habe vor einigen Jahren dieses wunderschöne Buch hier geschenkt bekommen von einer Ex-Freundin von mir. Hier habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, dass wir das Ganze didaktisch halbwegs sinnig hinbekommen. Und ich denke, es macht Sinn, anzufangen mit den Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Denn wenn das ein Thema für dich ist und das mit den Voraussetzungen nicht passen sollte, dann musst du dir den Rest gar nicht antun, gegebenenfalls. Oder umgekehrt. Wenn es für dich passen sollte, dann kannst du dir das Video natürlich gerne komplett ansehen. Generell gilt übrigens, wenn dich das Thema Freimaurerei interessiert, im Speziellen oder Spiritualität vielleicht im Allgemeinen, klick unter dem Video neben dem Abonnieren-Button auf die Glocke. Die Glocke ist der neue Abonnieren-Button, kann man sagen, ungleich wichtiger und sorgt dafür, dass du immer auf dem neuesten Stand bleibst, wenn neue Videos darüber kommen. Los geht's! Thema Voraussetzungen. Also es herrscht der weitverbreitete Glauben, dass Freimaurerei was extrem Elitäres sei. Dass man Freimaurer nur auf Empfehlung werden könne. Oder dass nur ganz bestimmte und auserwählte Leute Freimaurer werden können. Und vorab sei gesagt, dem ist nicht so. Das ist, ich kann gar nicht sagen, ob es früher mal über Empfehlungen lief rein, aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Mittlerweile ist es so, dass auch die Freimaurerei sich natürlich modernisiert. Es gibt Internetpräsenzen, es gibt Webseiten der einzelnen Logen. Und so hat man die Möglichkeit, sich im Vorfeld im Internet ganz regulär über die Freimaurerei zu informieren und darüber auch Kontakt aufzunehmen. Voraussetzung ist, du solltest volljährig sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Mindestens 18 Jahre. Manche Logen sagen auch mindestens 21 Jahre. Das obliegt immer ein bisschen der Loge im Speziellen. Und dass du ein sogenannter freier Mann vom guten Rufe bist. Und das heißt heutzutage so viel wie, dass du frei bist im Sinne von nicht abhängig bist, beispielsweise finanziell von anderen Menschen, von anderen Organisationen oder ähnliches, sondern dass du möglichst frei mit beiden Beinen im Leben stehst und agieren kannst. Das sind so eigentlich mit die einzigen Voraussetzungen, die es gibt, um Kontakt zu den Freimaurern aufzunehmen. Das stellt noch nicht sicher, dass man dann final Freimaurer wird, aber das ist eine recht niedrigschwellige Einstiegshürde für die Kontaktaufnahme, sage ich mal. Auch stimmt nicht, dass du wohlhabend sein musst oder Akademiker sein musst oder speziellen Berufen angehören musst. All das ist nicht der Fall. Die Freimaurerei schaut wesentlich intensiver auf die inneren Werte der Menschen, als auf den Kontostand oder die finanzielle Situation des Einzelnen Suchenden in dem Fall oder Interessierten. Das heißt, alles andere, was man so hört und liest, spielt in der Praxis nicht wirklich eine Rolle. Das ist Punkt Nummer eins. Ich hatte es eben schon erwähnt, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, freier Mann, von gutem Ruf, volljährig, unabhängig, weitestgehend und du hast eine Affinität für das Thema, du denkst, Mensch, interessiert mich oder ich bin neugierig oder was hat es damit auf sich oder sonst was, dann besteht selbstverständlich die Möglichkeit für dich, Kontakt zu den Freimaurern aufzunehmen. Das geht entweder über die Internetseite der Vereinigten Großloge von Deutschland oder über die Internetseiten der verschiedenen Obedienzen, sollte es, soweit ich weiß, auch funktionieren. Die verschiedenen Obedienzen der Vereinigten Großloge von Deutschland sind unter anderem die Großloge AF und AM, das sind die alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland, zu der auch ich zugehörig bin. Dann ist das der Freimaurer Orden, dann ist das die Großloge zu den drei Weltkugeln und das sind so die drei größten in Deutschland und dann gibt es noch die ACGL, die American Canadian Grand Lodge und die, ich glaube, die British Lodge of German Freemasons in etwa. Das sind so die fünf Großlogen, die der Vereinigten Großloge von Deutschland unterstehen und zu denen man generell Kontakt aufnehmen kann. Das ist schon mal gut für dich zu wissen. Informiere dich da gerne im Speziellen, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, was gegebenenfalls die Unterschiede sind zwischen den verschiedenen Großlogen, sodass du, wenn das für dich interessant sein sollte, natürlich die Großloge findest oder zu der Kontakt aufnehmen kannst, mit der du am meisten resonierst oder die am ehesten zu deiner Ansicht, zu deinen Werten oder Ähnlichem passt. Ja, es gibt über die Kontaktaufnahme selbst im Detail gar keine großen Herausforderungen. Schnapp dir dein Telefon, setz dich am PC, schreib eine E-Mail, ruf an, du findest die Kontaktdaten, die Telefonnummern überall im Internet. Das ist keine große Sache und in meinem Fall war es so seinerzeit, dass ich das Telefon benutzt habe, ich habe angerufen. In einer Loge hatte dann einen älteren Herren am Telefon und wir haben dann ein Treffen zu zweit ausgemacht. Das fand, ich glaube, einige Tage, ein, zwei Wochen später statt und es war ein sehr angenehmes, ich glaube, dreiviertelstündiges Gespräch unter vier Augen und endete damit, dass ich eingeladen worden bin zu einem sogenannten Gästeabend. Ein Gästeabend ist ein, man könnte auch sagen, Öffentlichkeitsabend einer Loge, wo viele Brüder der Loge versammelt sind und etwas über die Freimaurerei erzählen, diese Veranstaltung aber offen ist für eingeladene Gäste, in dem Fall gegebenenfalls dich oder zu meiner Zeit dann entsprechend mich. Diesen habe ich besucht und habe festgestellt, dass das, was ich für mich an der Freimaurerei interessant fand und im Vorfeld recherchiert habe, auch da persönlich wiederfinden konnte. Was mir persönlich wichtig war, war das Thema Spiritualität. Das ist bei weitem nicht bei allen Freimaurern so, muss auch nicht, aber das war mein persönliches Ding. Ich interessierte mich für einen philosophischen Diskurs auf mehreren Ebenen, für Theologie im weitesten Sinne und habe den Austausch immer sehr geschätzt und auch immer sehr gesucht. Das waren alles so Sachen, die mir wichtig waren. Mir waren gewisse Werte wichtig, wie Toleranz beispielsweise und Menschenliebe. Ich glaube, das sind auch so tragende Säulen, generell interkontinental, international, die alle Religionen und Gesellschaftsschichten da miteinander d'accord gehen, dass das so weit erstmal Sinn macht. Und das war auch in meinem Fall so und so verlief der erste Gästeabend sehr nett, sehr angenehm, was dazu führte, dass ich fortan regelmäßig den Gästeabenden beigewohnt habe. Dann habe ich seinerzeit überhaupt erst herausgefunden, das, was du jetzt eben schon gelernt hast, dass es diese verschiedenen Obedienzen gibt. Mein erster Kontakt war damals zum Freimaurer Orden und ich habe dann erfahren, dass nicht unweit von mir auch noch eine Loge war, der alten, freien und angenommenen Maurer von Deutschland, weshalb ich diese dann besuchte und für mich persönlich entschieden habe, dass ich da eine höhere Affinität zu hatte. Das ist aber überhaupt nichts Schlimmes, also die arbeiten nicht gegeneinander, sondern das kann man sich in dem Moment frei aussuchen. Und das führte dazu, dass ich fortan Gästeabende der anderen Loge besucht habe. Und das hat sich ganz schön gezogen. Ich glaube, ein Jahr lang in etwa habe ich diese Gästeabende besucht, bis ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, genug gesehen zu haben und dass ich eine Beitrittsanfrage, wenn man so möchte, geäußert habe. Und das ist der Moment, wo die Maschinerie dann, sage ich mal, ins Laufen kommt. Das heißt, was dann passiert ist, dass die Brüder der Loge gucken, okay, könnten wir uns vorstellen, dass derjenige zu uns passt. Das endet dann mit einer sogenannten Kugelung. Da wird es quasi eine anonyme Abstimmung der Brüder der einzelnen Loge, wo die entsprechend darüber entscheiden, ob sie sich vorstellen können, dass du in der Loge aufgenommen wirst oder nicht. Diese Kugelung seinerzeit verlief positiv, sodass ich dann, ich glaube, ich habe sogar noch Daten von mir abgegeben, sowas wie ein Lebenslauf oder ähnliches. Ich musste noch das eine oder andere Dokument ausfüllen. Das war aber eher so ein bürokratisches, allgemeine Sachen. Und dann bekam ich irgendwann die Einladung oder den Termin für meine eigene Aufnahme für das bekannte Initiationsritual. Und das waren so die ersten Schritte der Kontaktaufnahme seiner Zeit. Jetzt ist es natürlich so, und du bist hier wahrscheinlich nicht vergebens auf diesem Video, sondern weil du vielleicht schon viel über die Freimaurer gehört oder gelesen hast, und dir wird nicht entgangen sein, dass es etliche Verschwörungen darüber gibt, Theorien darüber gibt, Mythen darüber gibt, was bei der Aufnahme geschieht und ob die Freimaurer eine Sekte ist und so weiter und so fort. Und tatsächlich war das nicht zuletzt einer der Gründe, warum ich mich seinerzeit entschieden habe, Kontakt zu den Freimaurern aufzunehmen. Denn wir sind hier im Internet, du bist hier jetzt gerade auf YouTube und auf YouTube wirst du jede Menge Zeug über die Freimaurer finden. Und mir persönlich, ich war seinerzeit nicht in der Lage dazu zu differenzieren, bei diesem Information Overload, was stimmt jetzt, was stimmt nicht, wo ist was dran, was hat überhaupt keinen Background irgendwie und kein Wahrheitsgehalt. Ich konnte das nicht mehr differenzieren. Und ich strebe aber generell als Mensch sehr danach, wenn ich Informationen haben möchte, möglichst an die Quelle zu kommen, dahingehend, wo die Information herkommt. Weil über Dritte wird immer viel berichtet und das Wissen wird schwammig und ich gehe gern zum Ursprung und deshalb kam ich irgendwann nicht darüber hinaus, darüber hinweg, mich direkt an die Freimaurer zu wenden, um eben aus erster Hand zu erfahren, was die da machen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, Rituale. Natürlich gibt es Rituale im freimaurischen Kontext. Das Ganze wird genug zerrissen natürlich auch und nicht zuletzt hier auf YouTube. Das Ganze ist traditionell, man könnte sagen, so eine Art, eine Kombination vielleicht aus Wechselgesprächen, Theaterstück und Gottesdienst. Wenn du jetzt Fragezeichen über dem Kopf hast und dich fragst, wie soll das aussehen, dann kann ich das komplett nachvollziehen, weil das war bei mir genauso. Also, ich konnte mir da final kein Bild von machen. Und das ist aber auch zu einem gewissen Teil gut so, denn in der Freimaurerei geht es viel um das Erleben. Und erfahrungsgemäß zerstört man sich viel von dem Erleben, wenn man im Vorfeld zu viel weiß. Ein klassisches Beispiel dafür könnte sein, wenn du an Weihnachten zurückdenkst aus deiner Kindheit. Natürlich ist man unglaublich neugierig, was da unter dem Christbaum liegt, was in dem Geschenk drin sein mag. Und natürlich interessiert es einen, was da drin ist, und man möchte es unbedingt wissen. Aber wie viel würde es einem nehmen von dem Abend und von der Bescherung, wenn man wirklich im Vorfeld wüsste, was in den Geschenken drin ist? Und genauso verhält es sich mit der Initiation beispielsweise bei den Freimaurern, weshalb ich hier auch nicht im Detail darauf eingehen möchte, was da stattfindet. Dann ist die Freimaurerei eine Sekte, ist eine Frage, die ich mir gestellt habe im Vorfeld und deshalb hier auch ganz offen mit dir thematisieren möchte, denn es ist ja schon eine etwas andere Sorte von Verein als der örtliche Fußball- oder Badminton-Verein. Und nach all dem, was ich jetzt aus der Freimaurerei heraus erfahren habe, aber auch was ich vorher schon erlesen habe, steht die Freimaurerei einer Sekte ziemlich diametral gegenüber. Das heißt, die Freimaurerei könnte nicht weiter entfernt sein von dem, was man eine Sekte nennt, denn charakteristisch für eine Sekte ist beispielsweise eine charismatische Führungspersönlichkeit, die oben steht und sagt, das ist richtig, das ist falsch, so wird es gemacht, da geht es lang, sowie oftmals strenge Dogmen, strenge Regeln, wo es heißt, so wird es gemacht, so musst du dich verhalten, das ist richtig und das nicht. Und all das eben Genannte gibt es nicht in der Freimaurerei. Das existiert nicht. Es gibt weder jemanden, der da oben steht oder vorne steht und dir sagt, was du zu tun hast und was richtig oder falsch ist, noch gibt es strenge Regeln oder Dogmen, wie du dich zu verhalten hast. Das heißt, per Definition ist die Freimaurerei schon so ziemlich das Gegenteil und verkörpert dies natürlich auch mit ihrer oftmals aufklärerischen Haltung. Es gibt eine Loge hier in der Nähe, Sapere Aude heißt die, in Anlehnung an Immanuel Kant, der damit gesagt habe, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist der Punkt, wir sollen lernen, selber zu denken, anstatt uns Wissen von außen vorgeben zu lassen und dem blind zu folgen. Wo wir beim nächsten Punkt wären, gibt es irgendwelche Regeln. Und auch da, wie eben angesprochen, gibt es so gut wie keine. Man sollte sich selbstverständlich an die Gesetze des Landes halten, in dem man lebt. Und natürlich sollte man sich auch in der Öffentlichkeit und natürlich auch generell als Mensch, als Freimaurer bewähren, indem man im Idealfall mit gutem Beispiel vorangeht und die Werte der Freimaurerei wie Menschenliebe, Toleranz, Brüderlichkeit, Humanität und so weiter entsprechend auch verkörpert. Das sind die Regeln, die es in Bezug auf die Freimaurerei gibt. Also sehr übersichtlich. Es ist nicht so, dass dir irgendwas verboten wird, dass gesagt wird, du darfst kein Alkohol trinken oder keinen Sex vor der Ehe haben oder ähnliches. Ich glaube, sonst wäre das Kind bei mir auch schon in Brunnen gefallen im Vorfeld. Dem ist also nicht so. Das war mir aus persönlichem Interesse heraus auch eine wichtige Angelegenheit. und von daher bist du, was das betrifft, relativ frei. Und der letzte Punkt ist der Punkt Kosten. Wie, was muss man da genau darunter verstehen? Ist es so wie in manchen Sekten, dass wenn man am Anfang irgendwie, dass man da wenig Geld bezahlt und je höher man aufsteigt, dann wird es richtig teuer und man kommt nicht mehr raus und so weiter. Das war für mich eine ganz wichtige Frage vorher, weil ich mich von sowas bewusst distanzieren wollte. Das ging für mich nicht Hand in Hand mit meinem Verständnis von Spiritualität und Menschenliebe und ich wäre nicht beigetreten, wenn dem so wäre. In der Praxis sieht es so aus, dass es einen Monatsbeitrag gibt beziehungsweise Jahresbeitrag, der variiert etwas von Loge zu Loge. Das heißt, ich zahle aktuell monatlich 20 Euro aktuell. Das sind ergo 240 Euro im Jahr. Es gibt auch Logen, die zahlen 40 oder 50 Euro im Monat. Das ist etwas mehr. Hängt aber primär damit zusammen, dass die Freimauerei sich natürlich, die ist autark, die finanziert sich selbst. Es gibt einige Logen, die haben ein eigenes Logenhaus. Dieses Logenhaus muss natürlich finanziert werden. Es gibt Versicherungsbeiträge, ganz profane Dinge, wo man einfach nicht drum rumkommt. Und durch die Monatsbeiträge trägt sich einfach der Verein als solcher. Darüber hinaus gibt es, wenn man aufgenommen wird oder befördert wird, noch einmalige Beiträge in unterschiedlicher Höhe. Das ist aber überschaubar. Ich glaube, in den meisten Fällen zwischen 150 und 300 Euro pro Initiativität. beziehungsweise Beförderung oder ähnliches. Das heißt, wenn du von einem Grad in den anderen kommst. Und das passiert allerdings nicht ganz so häufig. Und das sind in Summe schon alle Beiträge, die du für die Freimauerei oder alle Kosten, die da auf dich zukommen würden. Konkret bei mir sieht es so aus, dass ich, wie gesagt, 20 Euro im Monat zahle und das letzte Mal befördert wurde ich zum Meister. Das ist jetzt schon ein paar Tage her und von daher sind das aktuell diese 20 Euro monatlich die einzigen Kosten, die ich habe. Ja, das waren erstmal, ich schaue nochmal hier in mein schlaues Buch, aber im Großen und Ganzen die wichtigsten Punkte. Wie geschieht die Kontaktaufnahme? Was gibt es für Voraussetzungen? Ist die Freimauerei eine Sekte? Was hat das mit den Ritualen auf sich? Was gibt es für Regeln, an die du dich gegebenenfalls zu halten hast? Sowie, was für Kosten auf dich zukommen? Wenn dir noch weitere Fragen einfallen, die dir auf der Seele brennen, dann scheue dich nicht, sie hier in die Kommentare zu schreiben. Ich werde entsprechend darauf reagieren, entweder im Kommentar selbst, vielleicht sogar, wie hier in diesem Fall, mit einem eigenen Video. Und ja, ich würde mich freuen, von dir zu lesen. Klick gerne auf die Glocke, abonniere den Kanal. Bis dahin, ich wünsche dir nur das Beste. Adios.